Wir waren im Mobilcamp Lodingen und es hat sehr sehr gut gefallen und wie immer haben wir natürlich ein Video, diesmal nicht so viel, sondern diesmal haben wir etwas mehr Bilder gemacht. Eine Diashow, weil am frühen Morgen ist Rita losgezogen und Bilder gemacht, während ich Videos bearbeitet habe. Und deshalb diesmal etwas mehr Dias, etwas mehr Bilder. Viel Spaß! Mir hat es sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Ja, das habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt? Nein. Also uns hat sehr gut gefallen, Rita und mir. Lodingen Wobbiken. Lodingen Wobbiken heißt das. Jawohl. Aber wenn wir sie nicht brauchen, dann schneiden wir sie immer raus. Okay. Das ist sehr gut. Wieder einmal ein sehr schöner Übernachtungsplatz, den wir ausgebildet haben. Es ist kurz vor 6 Uhr. Morgens um 6 Uhr ist hier die Welt noch im Orgen. Alles schläft noch. $Yom den denn bullshit näin. Oder auch eine Neos circelsasonable. Halt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020